Ist Marcus Rashford eine Option für die Offensive der Bayern? Die Verantwortlichen des FC Bayern sind nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Die Sachlage ist jedem bekannt, Lewandowski will gehen und Gnabry vermeintlich auch. So, kommen wir zum Thema. Der Vertrag von Marcus Rashford bei Man U läuft, stand jetzt noch, bis 2023. Sollte er diesen nicht verlängern, hätte United letztmalig die Chance, eine Ablöse zu generieren. Zuletzt lief es nicht so gut für den 24-jährigen englischen Nationalspieler und durch die Verpflichtung von Erik ten Haag als neuen Chefcoach ist ein Umbruch im Sommer sehr wahrscheinlich, beziehungsweise sogar ein größerer. Von daher kann es schon sein, dass der ein oder andere seinen Hut nehmen muss. Jedoch muss man auch bedenken, dass sowohl Trainer und Spieler sich erstmal ein Bild voneinander machen werden, bevor eine endgültige Entscheidung bezüglich Transfer oder Verlängerung gefällt wird. Laut Medienberichten will der FC Bayern die Situation ohnehin erstmal im Auge behalten. Die Frage, die wir uns jetzt aber schon mal stellen können, ist folgende. Passen Rashfords Fähigkeiten zu den Bayern und wäre er in der Lage, in die Fußstapfen eines Gnabry oder Lewandowski zu treten? Grundsätzlich denke ich schon, dass er das Zeug dazu hat. In dieser Spielzeit lief es jetzt nicht ganz so gut für ihn, aber das trifft auch auf die gesamte Mannschaft von Manchester United zu. Und da ist er bei weitem nicht der Einzige, der scorer-technisch verhältnismäßig unterirdisch war. Mal ab davon, dass er sowieso nicht so viel Spielzeit bekommen hat, wie er es eigentlich gewohnt ist, beziehungsweise gewohnt war. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf die Saison 1920 blickt, in der er in 44 Spielen 34 Scorer hatte, oder 2021, als er in der Premier League in 37 Partien immerhin 22 Punkte sammeln konnte, dann weiß man, dass der Junge richtig was drauf hat. Außerdem ist er mit 24 Jahren immer noch sehr entwicklungsfähig. Flexibel einsetzbar sowohl auf die Außen- als auch als Mittelstürmer ist er auch noch und als wäre das nicht genug, ist er darüber hinaus auch verdammt schnell. Ob er aber wirklich der Richtige für die Bayern ist und ob er überhaupt Lust hätte, in die Bundesliga zu wechseln, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Um die Frage vorhin zu beantworten, ob er eher ein Gnabry- oder Lewandowski-Ersatz wäre, würde ich persönlich sagen, eher einer für Gnabry, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er bei den Bayern eher als Neuner eingeplant wäre. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass es durchaus Sinn macht, ihn weiter zu beobachten. An der Stelle dann natürlich wieder die Frage an euch, könnt ihr euch Rashford bei den Bayern vorstellen? Glaubt ihr, er kann dort im Zweifel einen Lewandowski ersetzen? Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.